Hallo Leute, es ist Silvester. Wut, wut. Willst du in der Evangelik sein? Es ist der 13. Dezember! Wir gehen jetzt noch Foodie kaufen und dann machen wir's fertig. Wir machen mal Outfit of the day. Of the night. Ich hab noch ne Jacket eigentlich. Oh, komm mal hier mit unserem Name. Adam Lutz. Habt ihr ein Sieb? Ja. Noch Glitter Girl am Stützel und noch ein Cheetah Girl. Oh, oh, Juck. Ich zeig uns jetzt, guck mal, Berliner. Kennt ihr die Tradition mit dem Senf? Ich zeig euch mal unser Tischfeuerwerk. Sowas haben wir? Ne, jetzt falten sowas haben wir natürlich auch. Beide Seiten des Ufers. Ne, man drückt eigentlich nicht, vor allem nicht die ins Gesicht. Ja. Wuh! Hey! Slow you see! Was sagt ihr hier was? Schill alle nach. Boah. Klapp und so mit. Tüten jetzt. Puh! 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 Er hat nur ein Feuerwerk gemacht. Puh! Okay. Nein, nein. Also, Leute, ich muss Mathilda das jetzt erklären, weil Mathilda ist dumm. Und nervig. Willst du auch ein Chicken gemacht? Komm. Ja, ich möchte ein Chicken gemacht haben. Auf den, guck mal. Wir haben jetzt schon mal zwei Arten von Fleisch. Aber dann wird das Frot manchmal so ein bisschen mattig. Aber es könnte auch crossy werden. You really never know. Leute, Weintrauben mit Sekt und wo die drinnen reingemailt. I don't see it. I don't. Meine Vorsätze? Mhm. Ich hab keine. Mein Leben ist geil. Mach mal so weiter. Meine Vorsätze sind eine Uni zu finden. Eine Uni zu finden. Boring. Was sind deine Vorsätze? Leute, wir sind jetzt im Auto auf dem Weg zur Party. Hallo, Carla. Wir hoffen, ihr kommt. Ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Und seid nicht ausgerutscht. Also Annegret fühlt sich jetzt im Moment total sexy. Aber ich sag mal so, hm, naja. Ich hab keine Vorsätze. Ich hab keine Vorsätze. Ich hab keine Vorsätze. Ich hab keine Vorsätze. Ich mache dieses Jahr doll. Kiebst doll. Liebe. Liebe. Es tut uns hier alle. Okay? Ja, ja. Ähm. Ich muss dieses Jahr einfach bisschen mehr auf die Reihe kriegen. Aber es ist egal, du musst immer noch meinen Schicksal machen. Ernst, ich auch nicht. Nein, noch nicht jetzt! B**** ist 10 Jahre alt. Slowest, sag eigentlich nicht slowest. Slowest, sag du nicht der Dumme. Ja Luis? Sag was dumm ist. Ich will mein Labi schatten. Und da und da. Arme zu reisen gehen. Besser ist es auch. Nervous. Nervous. Ähm, ein bisschen nervt. Ich möchte soviel trinken. Freunde, ich freue mich. Ich bin bereit. Auf jeden Fall mehr rein. Trau nicht, ich bin auf. Fein. Ich auch. Rauschen. Sehr gut. Ich hab auch gestraut. Es ist wirklich mein Vorsatz ganz spannend. Mein nicht Rauschen schaut wie ihr rap. Und Nervous. 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 Hallo Profit. Mehr Videos drehen. Mehr Videos drehen. Von Youtube. Wisst ihr das zweite Youtube? Eigentlich. Nervous. 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 YouTube ist groß. Wir sind jetzt Kids Leute. Wo ist Neues? Meine Youtube Fans. Leute, guck mal einmal, wie Leute ihr Brand macht. Weil sie kann es sonst nicht fooden. Guck, guck mal macht sie das sein. In die Ecke war da noch eine Lücke. Sie ist schon Hammer gestört. Guten Morgen Leute. Wir haben jetzt die ganze Zeit geschlafen. Wir waren dann ja noch bei KFC. Das haben wir ja noch gefilmt. Und dann sind wir auch nach Hause. Und waren so um halb sechs Uhr oder so. Die Party wurde beendet, weil irgendjemand hat angeblich irgendwie Raketen im Fahrstuhl losgemakt. Auf Bombe. Im Treppenhaus. Ja, aber dann meinte sie auch Raketen im Fahrstuhl. Also ganz crazy. Nö. Dann waren ganze Fesse. Alle auf dem Boden. War Eskalation. Crazy. Achso, unsere Vorsätze. Vorsätze. Also ehrlich mehr Videos drehen auf den. Ehrlich mehr Videos drehen. Universitäten raussuchen. Studieren. Mehr Videos für die Kinder. Für die Gemeinschaft. Wir hoffen an euch, dass ihr die gefahren seid. Mehr in touch mit unseren Fans. Gettet. Mit unseren, mit, für euch. Ja, und ihr müsst aber auch ein bisschen mehr, ne? Geben. Es ist ein Geben und Nehmen, Leute. Ja. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.